bei Resident Evil Revelations. Wir haben den Kontakt zu Chris und Jessica verloren. Ihr Signal ging verloren über dem Ozean. Die Queen Zenobia. Genau hier auf diesem Schiff. Keine Lebenszeichen, aber irgendetwas ist es. Glaube eine Waffe. Das ist nicht gut. Wo bist du, Chris? Was ist das? Oh, super. Mist, das ist eine Fölle. Es ist Zeit, dass sie die Wahrheit macht. Es ist Valentine. Das klingt doch schon mal spannend. Oh, ich hoffe, ich erschrecke mich nicht schon wieder, so wie letztes Mal. Was? 1842. Gebirge irgendwo in Europa. Vielleicht irgendwo im Norden. Wen spielen wir denn hier? Lass mich die Frau spielen. Also, Fäule. Langsamer, Chris. Wir sind fast da, Jessica. Das wird doch langsam Zeit. Meine Füße bringen mich um. Das Lager soll auf der anderen Seite dieses Gipfels liegen. Oh la la. Müsst ich Chris spielen? Natürlich nicht. Immer noch kein Kontakt zur Zentrale. Vielleicht liegt es am Wetter. Wer hätte gedacht, dass wir hier so lange fest sitzen. Dann lass uns mal losstapfen. Na, da ist mal eine dicke Schottbahn dabei, der Chris. Wo ich gerne Jessica spielen würde. Das finde ich... Das ist creepy irgendwie. Also, die Störung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich jetzt, im Gegensatz zum anderen Teil. Ich weiß noch nicht mal, wie man sich heilt. Ja, das kommt noch dazu. Auch noch so ein Ding. Hm. Finden wir wahrscheinlich irgendwann mal im... Nebenbei raus. Das kann keiner überlebt haben. Oh ja. Jessica. Ich guck mir auch mal den Spaß hier an. Da liegt was. Okay. Ja, mit. Was hab ich denn gedrückt? Ah, ah. E hab ich gedrückt. Okay. Aha. Hier liegt aber auch schon was. Hat jemand wunderbar eingeparkt. Hier, hier ist aber irgendwas. Zum Einsatz des neuen Prototyps. Im Rahmen dieser Mission wird ein neuer Prototyp eingeführt. Alle Teilnehmer der Mission sind angewiesen, extrem vorsichtigen zu lassen. Erstens. Beim Umgang mit diesem speziellen Prototyp muss allen Anweisungen mit größer Sorgfalt vorgeleistet werden. Zweitens. Folgen Sie bei einem Notfall den Richtlinien im Handbuch für Gefahren und Notfälle. Drittens. Sobald die Fähigkeiten des Prototyps aktiviert wurden, können sie nicht mehr gesteuert werden. Das verschriebene Betäubungshüll muss beim Transport stündlich verabreicht werden. Viertens. Obwohl der Spezialprototyp in der Theorie gesteuert werden kann, ist sein Verhalten unter realen Bedingungen nicht präzise berechenbar. Kontaktieren Sie bitte die Basis über die Standleitung, sollte nicht mehr kontrollierbar sein. Da war wohl irgendwas auf dem Schiff, was ein bisschen ausgerastet ist. Ein bisschen so ein Mü. So ein Mü. Da gibt es schon wieder was. Gebt mir das Zeug. Oh, guck mal. Hier ist noch was. Objekt. Ist sonst noch was? Nö. Nö. Geht einfach mal ganz entspannt hier rein. Kannst du die Tür aufmachen. Shit. Den Objekt dabei. Klasse. Flugplan. Das Ladungsverzeichnis könnte uns dabei weiterhelfen. Mal sehen. Sie wollten zum Balkon-Mäcki-Flughafen. Wenn wir dorthin wollen, müssen wir durch diese Mine. Ich will nicht sagen, aber die Klamotten sind sehr merkwürdig. Die Kontrollinstrumenten sind durchgebrannt. Hier gibt es nicht mehr herauszufinden. Wir sollten weitergehen. Scheiß auf die Leiche. Ja. Pft. Okay. Nehm ich mit. Was ist meins? Okay. Ging ja flott. Aber Alter, habt ihr euch mal den Body von der Tante angeguckt? Das ist ja... Ich weiß nicht. What the fuck? Na komm Jessica, wir müssen jetzt hier... Oh Gott. Die Hülle ist zu kalt. Das klingt jetzt sehr vertraustwürdig. Oh shit. Sie sind infiziert. Vorsicht Jessica. Na, Jessica, Fräulein. Oh, ich muss nachladen. Moment. Moment. Nachladen. Shit. Alter, was haben sie sich hier denn einfallen lassen? Infizierte... Ja, sieht ganz so aus. Dann ist Veltro von den Toten auferstanden. Ja. Und wir müssen sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Ein bisschen, ja. Wäre, wäre gut. Habt ihr euch die Viecher angeguckt? Das waren infizierte Wölfe. What the fuck? Fuck. Ziemlich gefunden müssen, ich war Apple. Das da unten? Oh shit, warte, warte. Oh shit. Ich hab keine Munition mehr, du wirst mich verarschen. Friss das! Du unge... Oh, das ist voll die Rippen, voll die Vieh. Okay, der Nahkampf ist verbessert. Durchaus. Durchaus ist der Nahkampf verbessert. Also ich hätte ja mal meine... ...Pistole rausholen können. Ich Experte. Hier ist wahrscheinlich nichts... Ne, das wäre wahrscheinlich so ein Rundgang. Hier ist nichts drin, ernsthaft. Gibt's hier nichts. Hier, siehst du, hier ist nämlich was. Worauf schießen du schon wieder? Kommt doch schon wieder viel zu euch. Alder, Falle. Alder, wie schnell soll ich denn das scannen? Hier ist der halt aber geklopft. Spring mal rüber, Chris. Bo... B... Ach, Quatsch. B-U-W-Falle. Eine granatenähnliche Hilfswaffe. Sobald sie den Boden berührt, ertönt ein spezieller Ton. Der Feinde in der Umgebung anlockt. Die Granate explodiert und zerstört alles in ihrer Umgebung. Bei korrektem Einzelnen das Höchstequete. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie ich das solch schmeiße. Das ist lustig. Ich weiß es nicht. Achtung. Siehst du, da kommt er nämlich. Warte mal. Guck mal. Achtung. Ach, ach. Ach du shit, warte mal. Hier, schmeiß mir den shit. 90% Bitch. Warte mal, ich muss mir den shit hier nehmen. Der ist aber auch nicht der hellste hier, ne? Der ist gerne abgeschlossen. Ich kriege eine Pille. Ich erfreue mich doch sehr. Sind ich noch, dass ich irgendwie... Ich bin noch mal ein paar Gegenstände hier. Jetzt aber immer mal ein paar Gegenstände hier, ne? Ausbrauchen können wäre natürlich Shotgun-Monie, definitiv. Bin auch so ein Shotgun-Fan. Das Ding ist super. Also, Jill, war es? War was? Konzentrier dich. Sie war vorher deine Partnerin, oder? Ja, sie war meine Partnerin. Warum fragst du? Ach, na ja. Es war nur so eine Frage. Ist klar, Mädchen. Ist klar. Frauen stellen nicht einfach so Fragen. Hat alles immer Sinn und Zweck. Alter, guck mal, wie viele BOW-Fanien ich kriege. Oh, Mist! Steh auf Chris. Sehr gut. Chris, da hast du aber Shit gebaut hier. Warte, Chris, ich bin gleich da. Wirf den Shit. Wirf den Shit. Autsch. Autsch. Ah! Ah, ich muss Tab drücken. Ernsthaft? Tab führen. Oh! Shit! Weg! Du und hier. War noch welche? Verdammt, es sind zu viele. Na, Biss. Alter, was ist das Ding denn hingeworfen? Ist die Munition reicht nicht. Gibt es keine Köder mehr? Ich habe gar nichts mehr, Frau. Mach mal was. Oh, ho, 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 ho. Kann ich die scannen hier nebenbei? Nee, wa? Shit. Mein süßer Hintern ist unterwegs. Ich sehe es, Schnecke. Ich sehe es. Oh, der Dicke hier, Alter. Der ist nicht ohne. Drei Schuss. Die Einen brauchen drei Schüsse, einmal einen Schuss. Alter, wie viele kommen denn hier? How can we do that? That's the one! Aus Weg, Leute, aus Weg. Oh, Alter. Ah, sie ist jetzt endlich mal hier, ja? Frau! Hilfe! Ey, ohne Spaß. Wie groß ist denn das? Ruhle? Autsch, ne. Oh, ist das schrecklich. Guckt euch das an. Hilfe! Ja, jetzt plötzlich natürlich. Kein Ding. Oh, nehmen wir hier so. Nee. Du kannst dich auch nackig ausziehen. Ist mir jetzt relativ. Na komm, wir müssen ja hin. Ja, der hat aber eine schöne Stimme. Also die Synchro gefällt mir. Das rockt. Warum sind wir hier überhaupt reinge... Ist das nicht der gleiche Eingang, wo wir auch schon rennen sollen? Wozu waren wir da jetzt drin? Keine Reise. Okay. So. Hallo. Oh, nein. Das ist ja skandalös. Siehst du irgendwas? Hier, Fogbaugh. Hört ihr mich? Hier, Chris. Ich höre, Sir. Alles okay? Wo seid ihr? Durch die Störung hatten wir kein Signal. Wir sind beim Balkon Mocki-Flughafen. Verdammt. Das war eine Falle. Wieso das? Aufgrund falscher Informationen habe ich Jaron Parker zum Mittelmeer geschickt. Jetzt habe ich keinen Kontakt mehr. Seitdem habe ich nichts von ihnen gehört. Was? Was ist da los? Chris. Sieh dir das mal an. Das war die Falle für Jill und Parker. Alles war... Ja, darauf würde ich meinen Arsch verbetten. O'Brien, wir werden Jill und Parker suchen. Ich hoffe, das ist kein Problem. Nein, überhaupt nicht. Ihr müsst sofort zum Mittelmeer. Ich schalte euch auf dem Laufen. Ja. Dann auf zum Mittelmeer. Hast du eine Ahnung, was hier los ist? Das finden wir später raus. Wir müssen los. Natürlich. Ja stimmt, wir wurden ja gefangen genommen. Ey. Was? 80 Prozent? Na ja. Hast du mal gesehen? Es war nicht so leicht mit dem Shotgun. Dann hast du mal die ganzen Gegner gesehen. Es ist nicht so einfach gewesen. Es war nicht so leicht. Aber wir haben es immerhin geschafft. Und ich habe mich kaum erschrocken. Bisschen. Bisschen. Es war nicht 32,32 Gästekabine. Juhu. Na chill, was geht ab? Was? Wo? Ich spiele aber jetzt nicht chill ohne Waffen, oder? Ich sag doch, ich spiele jetzt wirklich. Wo bin ich bloß? Ich spiele jetzt chill ohne Waffen. Geil. Alter, wenn jetzt hier Gegner kommen. Da stehe ich ja mal gar nicht drauf. Was ist das? Scheint fest verschraubt zu sein. Verschlossen. Wie die sich veröffnet? Hm, wahrscheinlich das. Okay. Ich brauche einen Schraubenschließer. Hat jemand da einen Schraubenschließer? Ich weiß nicht, wo du bist. Lass mir auch einen. Ah, warte. Habe ich meinen Scanner? Ich habe nicht mehr meinen Scanner. Ich habe gar nicht mehr. Okay. Das ist natürlich Shit, würde ich sagen. Was mache ich jetzt? Nicht, dann schraub es doch auf, Mädel. Was machst du den ganzen Tag? Hier ist aber auch nichts. Ja, na, ich weiß, dass das Ding verschraubt ist. Ich weiß immer noch nicht, wo du bist. Hier. Schnitte. Schieb das mal. Schieb das mal.